hallo leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ghost of tsushima der mittlerweile 41. und heute werden wir noch mal schauen was wir machen ich habe schon offline wieder ein bisschen weiter gespielt ein bisschen fragezeichen und so weiter erledigt jo ich könnte es euch mal zeigen auf der karte also hier haben wir jetzt schon ziemlich erledigt ich habe noch ein bisschen quests offen gelassen das können wir uns jetzt mal anschauen dann hier oben zum beispiel dass wir das halt noch fertig machen und dann würde ich sagen wollen wir folgen wir auch der haupt story weiter genau könnten eigentlich dann hier fleisch und stein könnten wir weitermachen ich werde mal mark ersetzen und dann werden wir mal eventuell hier porten genau das bild macht gerät an servus leute und wenn euch die folge gefällt dass wir ruhig ein like kommentar oder auch ab oder alles gern gesehen genau dann würde ich sagen starten wir mal 190 meter und dann müssten wir jetzt dann auch bald gebiet nummer zwei fertig haben dann haben wir noch ein gebiet vor uns und ich werde auf jeden fall probieren ich weiß nicht ob wir schaffen aber ich werde dann auf jeden fall probieren dass wir platin machen also ich werde natürlich nicht alles aufnehmen jede einzelne quest aber so das wichtigste nehme ich euch natürlich mit auf dem weg zu platin trophäe also wir sollen hier oben hin schauen wo wir am besten hinkommen ich spreche nur mit dem das war eine der statuen von meister iso es reichte den mongolen nicht meinen vater zu töten sie mussten sein vermächtnis schenken ihr seid meister isos so mein beileid ein wie ihn wird es nie wieder geben das war seine beste statu mit werkzeug könnte ich sie restaurieren aber seine mörder nahmen uns auch unser haus ich besorge das werkzeug ehren wir euren vater indem wir sein werk restaurieren vielen dank mein herr unser haus liegt am ende der bergstraße und wenn ihr ihn rächen könnt das werde ich schau mal ob wir das werkzeug finden fleisch und stein finde das haus des bild hauers gehen wir mal hier hoch schauen ob wir hier richtig sind da oben scheint aber nichts zu sein ich denke wir müssen runter wie gesagt am ende der bergstraße wir müssen weit entfernen davon sagt das uns wahrscheinlich weiter in die richtung das kann man nicht sehen mal das kann schön sein zieht eure klingen der ist doch wie saussend das kann man ja das kann ich nicht das kann ich nicht das kann ich nicht das kann ich nicht Ich bin ein Zehletcher, oder? Okay, rettet den Bildhauer. So, ne, Werkzeug. Schauen wir mal in das Haus rein. Wir sind auf jeden Fall auf Vorräte. Hier kann man unten durchgehen. So, zu? Ich führe die Bilder zur zerbrochenen Statue. So, satz so die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Aber er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Sagt, was ihr wollt. Aber diese Statue gehört zu den Besten in ganz Kushi. Wisst ihr, wie riesig das Mongolenreich ist? Das klingt, als währt ihr auf Ruhm und Ehre aus. Ihr etwa nicht? Jeder respektiert und fürchtet den Geist, nicht wahr? Ich kämpfe, um mein Volk zu retten. Ihr habt Glück. Ihr musstet nie wählen zwischen der Pflicht euch selbst gegenüber. Komm. Was ist denn jetzt mit dem? Hier lang. So, hier geht's lang. Komm. Runter. Kein Laut. Kämpfen wir. Kein Laut. Das ist ein Wettbewerb. schon auf dem so ein bisschen was geben hier fleisch und stein erledigt ok das war es jetzt hier ok dann würde ich sagen schauen wir weiter machen wir gleich mit der geschichte von ozuna weiter würde ich sagen und dann gleich hierher dann ist der weg nicht so weit 240 meter für die ishikawa am bauernhaus ok sind wir eh schon da so ist das sensei sakai sakai ist all das tomois werk sie und ihre mongolen waren fleißig eine frau namens ran weiß wo wir sie finden führt mich hin schau mal die schrecken von ozuna oder der schrecken von ozuna woher weiß sie wo tomois lager ist sie ist beim sammeln im wald darauf gestoßen sie hat glück dass sie noch lebt alle ihre begleiter wurden getötet leute übrigens es kommt bald auch assassin's creed valhalla auf meinem kanal ich habe es schon runtergeladen aber ich wollte jetzt erstmal das projekt hier zu ende bringen die mongolen die euch das antaten ihre anführerin war eine von uns tomois dieses gesicht werde ich nie vergessen sie war früher mit einer gruppe diebe unterwegs die hier lebten das ist unmöglich tomois stammt aus der präfektur um sie fand ihren weg hierher ihr bogen versetzte ozuna jahrelang in schrecken man sagte dass sie mit verbundenen augen einen falten vom himmel schießen konnte das lager das ihr fandet wo ist es im wald südwestlich von hier zwischen dem fluss und der westlichen küste ok begleiter ishikawa verflucht alles was ich sie lehrte alle meine geheimnisse schreit so gut aus alter warum hat sie mich belogen tomois hat euch davon erzählt vor unserem streit bot ich ihr an sie als tochter anzunehmen samurai zu werden eine große schicksalswende für jemanden wie sie ich nahm es wieder zurück weil sie eine auftragsmörderin ist weil ihr sensei versagt hat die verfiel wieder ihrem alten leben solch eine chance zu vertun ist eine sache doch gegen sein eigenes volk das ist mir bewusst sakai wirklich kann ich bei dem was zu tun ist auf euch zählen wir müssen das lager finden wir müssen die tomois aufhalten bevor sie weiter mordet ich glaube hier finden wir sie jetzt auch mal das ist schon wir suchen die ganz schön lang schon muss ich sagen ob die wirklich böse ist ich weiß es nicht vielleicht das mongolenreich auf ihrer seite ist alles bloß gespürt von ihr irgendwie wir müssen schauen sicher wendet der kahn sich von ihr ab das könnten wir für uns nutzen einen keil zwischen sie treiben und wenn tomoe sich dann von den mongolen abwenden würde wenn sie bereit wäre gegen die mongolen zu kämpfen würde uns das nutzen aber nur so lange bis sie euch einen pfeil in den rücken schießt die frau meinte tomoe hätte die leute terrorisiert das muss jahre her sein als tomoe sehr jung war als jugendliche und sich unter banditen behauptet was selbst für jemanden viel älteren schwierig ist und ihr habt nie etwas geahnt als sie bei mir anfing versteckte sie eine kleine klinge im ärmel und sie hortete heimlich essen aber ihr habt darüber hinweg gesehen da war noch mehr ich wollte sie so sehr zu meiner erwin machen dass ich die augen vor der wahrheit verschloss das lager kann nicht weit sein perfektes gelände für lauernde schützen wartet die augen offen steigt ihr ab alles ist dunkel hier bleibt unten und findet einen guten ausblick aufs lager hier oben ein bekannter anblick was seht ihr denn japanische pfeile natürlich leichten zerstört dieses lager als die augen nach bereit wenn ihr seid sensei ich bleibe versteckt bis er angreift habe vielleicht irgend irgendwie sie den die 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 das jetzt ist er der bodu schütze Sie war vor kurzem hier. Okay. Müssen wir Spuren suchen? Die sind nix. Sensei, hierher! Ah ja, Spuren. Vielleicht Tomui. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Tomui! Ich halte uns den Nacken auf! Tomui, das endet nur auf eine Art! Ha! Ich kicke euch das nur ein! Ja, sieh mich jetzt in irgendeinem Hinterhalt lockt. Ihr könnt nirgends hin, Tomui! Tomui! Strengt euch mehr an, Fürst Sakai! Tomui! Tja. Ihr seid also Fürst Sakai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomui, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomui. Nein! Ich bring die da runter. Sie wahnsinnig. Wenn Tomui gestürzt ist. Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Shikawa. Nicht da ja hier bestimmt irgendwo. Ist doch nicht tot. Ich glaube nicht. Okay. Weiß können wir ausruhen. Höher! Dann sagen wir mal ihm Bescheid. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Was hier erzählt wird. Ich bin weg und tre Bibel. Ich bin weg. Spre fingerprintsอ documents? Dann gehen wir hin. Ich bin weg. Bill, da Handy. Scheiße. okay wir schauen ob die irgendwie gut haben die nicht sie hat mich jederzeit töten können das verstehe ich halt nicht also ich glaube dass die etwas anderes was ist passiert er hätte mich töten können aber hat es nicht sie ist euch entkommen sie sprang von einer klippe ich sah sie ihr seid was ihr sehen solltet sie klang verzweifelt ist sie nur wegen uns warum denkt sie ihr werdet mich verraten tut sie nicht sie will nur einen keil zwischen uns treiben und das funktioniert nein tut es nicht gut nächstes mal wenn ihr fragt ob ich tun kann was nötig ist fragt euch erst selbst tomo ist noch nicht fertig sie geht wohl nach norden um sich mit den mongolen gut zu stellen wir finden sie okay gut dann schauen wir weiter wo geht es jetzt hier weiter mit ihm hier hinten war auch noch was ist er jetzt wahrscheinlich hier oder irgendwo ich schätze mal das wird er zum nächsten gebiet und weitergehen ok deswegen habe ich nicht gesehen wir kurz warten ich schaue noch mal ob dann dauert es kurz bis das auf blinkt aber ich schätze scheint nichts zu sein genau weil ich schnell hier unten die quest fertig die kenzer rüstung porten dort schnell hin fürst sakai den göttern sei dank kochiros strohhüte mit denen ich kämpfen sollte sind tot er wusste es bereits mein herr ich sagte euch er ist kein gewöhnlicher mann ihr habt ihn wieder gesehen er kam zurück meinte ihr verdient den tod durch seine hand er wartet in einer höhle am umikloster auf euch im territorium meines klats das wird er bereuen ihr dürft ihm nicht entgegentreten mit seiner dämonischen rüstung ermüdet er im kampf nicht das werden wir ja sehen ich bete für euren sieg ok Duell Gute Portemonnaie hier machen wir gleich Duell schauen wir mal ob wir den gleich schaffen wir machen speichern aber noch mal schnell Ja wenn wir es wirklich nicht packen dann können wir die spielstand laden Fürst Sakai Endlich Der Musikant sagte eure Rüstung sei dämonisch Kojiro Glaubt ihr ihm? Ihr hättet eine Legende bleiben sollen Oh es ist dunkel Dieチöne sch trudeln Duell auf dem Spiegel des heiligen Lichts Die sch�olle Das ist das Zu deinem Die 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 Das war's für heute. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Ihr seid ein Dämon. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Ist es das, was ihr wollt? Ah! Miss super牛 снова! Hupen die eingeschlagen hätte, dann wäre es vorbei gewesen! Känzerrüstung. Halt aber die Rüstung jetzt, die passt. Okay, gibt es hier noch was? Boah, es ist dunkel hier drin. Das ist echt heftig. Ich vernecke mich mal ein bisschen vor die Statuen hier. Boah, ich habe fast keine Energie mehr, ey. Ich porte mal schnell her. Dann können wir uns dann schnell ausruhen. Na, jetzt bin ich schon wieder voll. Okay, wir machen trotzdem. Okay, dann hätten wir das jetzt auch. Sind wir eigentlich so weit fertig, außer hier oben die Geschichte noch? Komm, die ziehen wir jetzt auch schneller durch. Dann werden wir in der Folge vielleicht mit den Geschichten hier fertig. Und dann können wir in der nächsten schon mit der Hauptstory weitermachen. So, dann können wir gleich hier reporten. 120 Meter. So, dann können wir in der Folge gehen. Okay, sie scheint irgendwo oben zu sein. Ah, da geht's hoch. Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altern dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Die ist aber nicht freundlich. Auf zu den Pferden. Nachricht im Blut. Was ist denn? Na gut, Yuna. Na gut, Yuna. Ich weiß, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß. Aber das schulde ich, Ichi. Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf den Mamushi gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Ichi ins Krebsche. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Du musstest fliehen. Ich habe gesehen, was diese Brüder für Männer waren. Wenn du gekämpft hättest, wärst du jetzt tot. Gehört fliehen zum Samurai-Kodex? Ihr wart Kinder. Manchmal kann man nur überleben, wenn man flieht. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns altern stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. 180 Meter. Wir sehen, das wird das Lager da sein hier vorne. Okay. Da ist es. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer altern dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Ich würde die Mongolen. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Ob wir hier irgendwas sehen. So viele scheint es aber gar nicht zu sein. Da ist ein Weg, da ist ein Weg, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Also, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, was wir sehen. Oh, ja. Nein, 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 nein. Das war's für heute. Okay. Is this it? das ist jetzt hier aktuell 2, 2 noch ok einer noch doch noch ein paar mehr alter ich kann eure leute den ganzen tag töten sprich mit juna wo sie denn das ist er alter mit noch mehr reudigen hunden ok schauen wir mal was es für ein kampf wird ob es ein offener kampf wird oder halt wirklich so ein Duell bloß ja was ist bloß aber empfang das Urteil ihr wollt mich verurteilen ihr habt eure eigenen Leute ermordet die Mamushi Brüder und der schwarze Wolf waren Verräter ist das eure Ausrede euer Vorwand zum Mordenden Geist zu werden kein Wunder dass dieser Ryo so sich gegen euch wandte genug beenden wir das hier ihr tut was nötig ist um zu überleben und doch verachtet ihr andere die dasselbe tun ihr tötet nur für euch selbst keine lügen mehr alter ich weiß was ihr seid doch Oh! Ok Sprich mit Ichi, ah der ist hier Oder sie Richtig Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht was du tust oder wieso Nein, aber habe ich die Grenze überschritten Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite Ok Gut, damit würde ich sagen, war es jetzt aber schon mit der Folge In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Soweit ich es sehe Haben wir jetzt hier Nichts mehr offen Also werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mit der Hauptstory weitermachen In Omi Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an Würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr sehr freuen Wenn ihr wieder mit dabei seid Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi Bis zum nächsten Mal